FTP Hofstetten-Flieh setzt sich seit jeher in allen politischen Strukturen der Gemeinde für eine verantwortungsvolle Umsetzung des gesetzlichen Auftrags im Auftrag der Einwohnerinnen und Einwohner ein. Hofstetten-Flieh mein Heim. Unser Hauptziel sind gesunde Gemeindefinanzen und eine vernünftige Steuerpolitik. Wir setzen uns nicht nur für Privatpersonen ein, sondern unterstützen auch das einheimische Gewerbe. Bildung und Jugend liegen uns sehr am Herzen. Hier müssen wir uns besonders engagieren. Wir setzen uns auf allen politischen Ebenen für freisinnige Lösungen in Fragen um Migration, Ausländer und Asyl ein. Die Entwicklung unserer beiden Dörfer möchten wir auch mit einer Optimierung der öffentlichen Gebäude und Plätze erreichen. Wir setzen uns für Innovation und neue Technologien ein. Wir von der FTP Hofstetten und Flieh sind für Sie hier. Samen kurz!